Hallo und Glück auf zu einer weiteren Folge Schalke Podcast. Ich habe extra nachgeschaut, Folge 117 haben wir heute. Und ich glaube, wir haben mal wieder eine Menge Sachen, über die wir am heutigen Tag sprechen können. Wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich nicht mich alleine, sondern ich habe mir wieder jemanden dazugeholt. Der Frank sitzt mir heute gegenüber. Hallo und Glück auf, Frank. Hallo und Glück auf, Tim. Na Frank, du kommst gerade frisch vom Trainingsgelände des FC Schalke 04. Was war so die Grundstimmung, die du erleben durftest oder konntest? Also neu war heute, dass sehr, sehr viele Fans da waren. Das ist den Osterferien geschuldet. Also es waren über 500 Zuschauer, die sich die Einheit angeguckt haben. Die hat ungefähr 70 Minuten gedauert. Am Ende der Einheit gab es noch sieben Steigungsläufe für die Spieler. Und dann ging es zurück in die Kabine. Es gab eine sehr, sehr schlechte Nachricht, die mich auch ein bisschen traurig stimmt, weil der Leo Greimel hat wieder Probleme. Das ist ja ein Dauerverletzter leider, seit er zum FC Schalke 04 gewechselt ist. Er hat ja schon zwei Kreuzbandrisse hinter sich. Und jetzt hat es leider wieder einen Rückschlag gegeben. Das Knie ist angeschwollen. Und leider wird er jetzt wohl wieder langfristig ausfallen. Es könnte durchaus möglich sein, dass er in dieser Saison gar nicht mehr zum Einsatz kommt, was sich ein bisschen komisch anhört, weil er ja überhaupt noch nicht zum Einsatz gekommen ist. Aufgrund seines zweiten Kreuzbandrisses. Der Junge tut mir ein bisschen leid, weil er ist ein netter Kerl. Aber das sieht eben nicht gut aus. Und es ist zu befürchten, dass er eben in dieser Saison gar nicht mehr zum Einsatz kommt, weder in Freundschaftsspielen noch in Testspielen. Es war ja ursprünglich geplant, dass er letzte Woche in Gütersloh hätte mal wieder eingreifen sollen ins Geschehen. Aber da konnte er schon nicht. Und heute haben wir eben die Diagnose bekommen, dass er leider wieder Probleme hat. Ja, das ist natürlich gerade auch, wenn man jetzt überlegt, dass die Innenverteidigerposition ja auch generell diese Saison so eine kleine Baustelle ist, natürlich dann nochmal ein doppelt schwerer Rückschlag. Also klar, persönlich für ihn ist es sowieso ein Rückschlag. Und ich bin da vollkommen bei dir. Er tut mir auf jeden Fall auch sehr, sehr leid, weil er ja eigentlich nie wirklich richtig auf Schalke ankommen durfte. Weil er ja eigentlich dauerhaft in dem Sinne verletzt war. Wie du schon sagtest, zwei Kreuzbandrisse. Dann jetzt wieder der Rückschlag. Dementsprechend ist ja eigentlich, im Endeffekt könnte man ja so, wenn man jetzt nicht wüsste, dass er seit anderthalb Jahren eigentlich schon da ist, könnte man ja eigentlich auch mal in der Weg quasi, wenn er es jetzt geschafft hätte, sein Comeback zu feiern, ja eigentlich wieder wie jemand komplett Neues in dieser Mannschaft. Weil er ja in der ersten Liga, ich glaube, auf drei oder vier Kurzeinsätze gekommen ist. Und in dieser Saison ja noch, wie du schon sagtest, gar nicht gespielt hat. Und wie gesagt, dadurch, dass es ja auch die Innenverteidigerposition mal wieder betrifft, ist das ja irgendwie auch so ein Dauerproblem auf Schalke eigentlich. Oder siehst du es anders? Nein, das ist völlig richtig. Greimel, wenn er jetzt fit gewesen wäre, vielleicht wäre es eine Alternative gewesen. Natürlich ist er jetzt unheimlich lange ausgefallen. Aber die Innenverteidigung ist eben eine Dauerbaustelle. Und heute war es auch ganz interessant zu beobachten beim Training. Auf dem Nebenplatz trainiert ja meistens parallel die U23. Und da haben die Fans natürlich auch ganz genau hingeguckt, weil heute Timo Baumgartl, der suspendierte Innenverteidiger, das erste Mal mit der U23 dort trainiert hat. Aber da hat ja Karel Gerrertz die Entscheidung getroffen letzte Woche, dass Timo Baumgartl nicht mehr zum Kader gehört, weil er der Meinung ist, dass Baumgartl zu wenig bringt in den Trainingseinheiten und auch in den Spielen, wo er zum Einsatz kam. Und deshalb fällt diese mögliche Alternative auch weg. Und von daher muss man jetzt abwarten, wie Karel Gerrertz im Heimspiel gegen den Karlsruher SC die Innenverteidigung formieren wird. Am meisten spricht dafür, dass er ja jetzt Thomas Kallers und Mastin Kaminski vertrauen wird, weil ja Ron Schallenberg wegen seines Muskelfaserrisses noch für einige Zeit ausfallen wird. Jetzt hast du schon sehr, sehr viel aufs Personal geblickt. Lass uns doch mal eben noch kurz bei Timo Baumgartl bleiben. Wie überraschend kam denn für dich quasi die Meldung, dass man ihn jetzt dauerhaft in die U23, ich nenne es jetzt mal Verband? So ganz überraschend kam es nicht, weil Baumgartl hat mir jetzt auch im Training nicht den Eindruck vermittelt, als würde er sich jetzt aufdrängen und als würde er unbedingt spielen wollen. Und wenn er mal zum Einsatz kam, hat er auch eine sehr, sehr hohe Fehlerquote in seinem Spiel. Und Trainer Karel Gerrertz hat mit dieser Entscheidung auch mal ein Zeichen gesetzt, auch nach innen, dass er jetzt hart durchgreift. Es sind ja auch nur noch acht Spiele zu absolvieren. Und der Trainer kann jetzt eigentlich nur Spieler gebrauchen, die 100 Prozent vollen Einsatz geben. Und wenn er jetzt diesen Eindruck bei Baumgartl nicht gehabt hat, dann muss man handeln als Trainer. Und das hat der Gerrertz mit dieser Maßnahme getan. Ich hake provokant jetzt einfach nochmal nach, weil du ja gesagt hast, Baumgartl hat sich nicht wirklich für dich aufgedrängt. Ich gehe da grundsätzlich mit. Ich sehe das ähnlich wie du. Aber wie gesagt, jetzt provokant die Nachfrage. Findest du Marcin Kaminski hat sich positiv immer gezeigt in den Trainingseinheiten bzw. im Training weiß ich es nicht immer zu 100 Prozent, aber in den Spielen vor allem? Die Nachfrage ist berechtigt. Bei Kaminski sehe ich auch Probleme, vor allen Dingen während der Spiele in Sachen Schnelligkeit. Aber es gibt ja sonst kaum Alternativen. Was soll der Gerrert sonst machen? Er könnte vielleicht noch eine Außenverteidigung nach innen ziehen, Mökin vielleicht. Aber dann hätte er auf der Außenbahn das nächste Problem. Und generell muss man eben sagen, dass Schalke es versäumt hat, auch in der Winterpause die Abwehr personell aufzurüsten. Und jetzt hat sich dann eben diese Problematik entwickelt daraus, dass eben Baumgartl weit, weit hinter den Erwartungen geblieben ist. Schallenberg wurde dann zurückgezogen, was sich ja eigentlich auch bewährt hat. Aber der ist jetzt auch verletzt. Und wie gesagt, das zieht dann so ein Rattenschwanz vom Problem nach sich. Kaminski hat auch nicht überzeugt, ich gebe dir da recht. Aber Gerrerts hat jetzt auch sonst keine Alternativen mehr. Ja, das ist das große Problem im Endeffekt, dass halt die Alternativen fehlen. Also grundsätzlich persönlich jetzt von mir, also ich kann es verstehen, dass man den Timo Baumgartl in die U23 packt, weil halt die Leistungen nicht besonders gut waren. Unter dem Aspekt aber, dass du an sich dann eine Position nochmal schwächst, die eh schon, ich nenne das jetzt mal noch relativ human, eh schon nicht so besonders gut aufgestellt ist, ist das halt dann immer so eine Sache, wo ich mir dann denke, ob man sich damit wirklich den Gefallen tut. Also da muss es ja eigentlich, das ist jetzt eine These von mir, ja eigentlich intern extreme Diskrepanzen gegeben haben, dass man trotzdem zu diesem Mitte greift, ihn quasi in die U23 zu stecken. Das mag sein, das ist richtig. Aber der Trainer hat jetzt die Entscheidung so getroffen und er wird jetzt davon nicht mehr zurückgehen. Er hat öffentlich kommuniziert, dass er mit Baumgartl bis zum Saisonende nicht mehr plant und wenn er jetzt eine Rolle rückwärts machen würde, aus irgendwelchen Gründen, macht er sich ja selbst wieder angreifbar. Ich sehe dennoch, Gerrards, was die Abwehr betrifft, ein bisschen kritisch vor dem Hintergrund, aber weil er den U23-Spielern, Kaparos und Van de Slot, keine Chance bisher eingeräumt hat. Da bin ich ein bisschen irritiert drüber. Beispielsweise Kaparos, gut, der ist jetzt kein Verteiliger, der ist eher im defensiven Mittelfeld zu Hause, aber der vermittelt mir in den Trainingseinheiten eigentlich einen ordentlichen Eindruck, aber auch hier hat Gerrard jetzt klar nach dem Gütersloh-Spiel gesagt, dass ihm bei den U23-Spielern die Überzeugung fehlt. Sie drängen sich noch zu wenig auf und deshalb hat er bisher verzichtet, ihnen eine Chance zu geben. Ja, lass uns auf die U23-Spieler gleich noch kommen. Ich habe eine abschließende Frage beziehungsweise eine abschließende Prognose von dir würde ich zu Baumgarten gerne noch hören. Meinst du durch seine Degradierung in die U23, dass man dieses Tuch, zumindest wenn wir jetzt in der Trainerkonstellation so bleiben, dass dieses Tuch dauerhaft zerschnitten ist und man im Sommer damit rechnen kann, dass er wahrscheinlich dann auch nicht mehr zur Profimannschaft stößt? Oder was würdest du jetzt, wenn du jetzt Karre Gerrard wärst, beziehungsweise wenn du vielleicht auch Timo Baumgartel wärst, würdest du im Sommer nochmal versuchen wollen, dich aufzudrängen? Oder sagst du, okay, dann scheint dieses Kapitel Schalke vielleicht jetzt ganz weit gesponnen noch irgendwo gescheitert zu sein? Also es sieht so aus, als würde das Kapitel gescheitert sein, wobei ich mir eine kleine Hintertür auflasse. Der Trainer hat ja beispielsweise auch Drechsler aus dem Kader mal verbannt, aber zuletzt hat er ja wieder auf ihn gesetzt. Also ich glaube jetzt nicht, dass Karre Gerrard so stur ist und jetzt sagt auch, dass diese Verbannung gilt auch für die neue Saison. Baumgartel hat ja auch noch Vertrag bis 2025 und man muss natürlich auch die finanzielle Seite ein bisschen berücksichtigen. Gibt es überhaupt für ihn einen Markt? Will der Spieler überhaupt weg? Oder sagt er, ich will jetzt unbedingt nochmal zeigen, dass ich besser bin, als der Trainer mich bisher gesehen hat? Von daher spielen da auch noch andere Faktoren eine Rolle und dass die Tür ganz zu ist, würde ich vor diesem Hintergrund verneinen. Ganz zu würde ich sie auch noch nicht machen, aber ich würde vermuten, dass zumindest beide Seiten wahrscheinlich sich ihre Gedanken zu der Thematik auf jeden Fall machen werden. Das würde ich jetzt mal so relativ formal ausgedrückt ungefähr noch so in den Raum zumindest stellen. Du hast gerade die U23-Spieler angesprochen. Sie hatten ja letzte Woche Mittwoch. Wir nehmen übrigens am Dienstag auf, damit das chronologisch klar ist, weil manchmal passieren ja im Laufe des Dienstages oder im Laufe des Mittwochs noch Sachen und dann wundern sich manche, warum wir nicht darüber sprechen. Aber wir nehmen heute am Dienstag auf. Ich kann auch mal die Uhrzeit sagen, es ist gerade 13.21 Uhr, damit quasi klar ist, dass vielleicht, wenn jetzt noch irgendwas heute Abend passieren sollte oder morgen im Vormittagsbereich, damit die Leute sich nicht wundern, dass wir nicht darüber sprechen. Womit ich jetzt aber wieder zurückkomme, letzte Woche Mittwoch war ja das Testspiel in Gütersloh, wo Karre Gerrads ja vor allen Dingen auf die Leute gesetzt hat, die in der Startelf, also die zur Profikarte eigentlich gehören und in der Startelf wenig Berücksichtigung gefunden haben in den letzten Wochen. Unter anderem hatten Ralf Herrmann gespielt und Dominik Drexler hat Minuten gesehen und natürlich auch die U23-Spieler, Steven van der Sloot beispielsweise. Du hast das Spiel auch gesehen. Wie hat sich irgendeiner von den Jungen beziehungsweise auch von den aktuell nicht wirklich Berücksichtigen für dich jetzt besonders aufgedrängt? Ja, also der größte Hoffnungsträger für Schalke jetzt für die restlichen acht Spiele ist Assan Odraogu. Das ist ganz eindeutig. Und er hat die Fähigkeiten, und ich traue ihm das durchaus zu, die Impulse im Mittelfeld zu setzen, die Schalke jetzt unbedingt benötigt. Denn es fehlt ja so eine kreative Kraft, um die Angreifer richtig und gut in Szene zu setzen. Dominik Drexler, dem hat der Trainer jetzt zwar wieder ein paar Minuten gegeben, aber ich weiß jetzt nicht, ob er ihn auch schon wieder in die Stammelf beordert. Und außer Drexler sehe ich dann niemanden, der da frische Impulse setzen kann im Mittelfeld. Und deshalb ist Assan jetzt, auch wenn er erst 17 Jahre alt ist, der große Hoffnungsträger. Und deshalb war auch Mike Büsken beispielsweise so sauer, als Assan einmal gefoult wurde und hat sich beim Schiedsrichter beklagt und hat dann ja auch die gelbe Karte gesehen. Weil Assan ist, glaube ich, jetzt ganz, ganz wichtig für Schalke und es wäre das Schlimmste, wenn er jetzt nochmal einen Rückschlag erleiden würde. Und deshalb muss man den jetzt in Watte packen und muss sehen. Und ich rechne auch fast damit, dass er am Sonntag das erste Mal wieder nach seiner langen Verletzungspause in der Startelf stehen wird. Denn man braucht mehr Kreativität im Schalkerspiel, um gegen Karlsruhe die drei Punkte in Gelsenkirchen zu lassen. Ja, du hast es schon angesprochen, Assan, Oedraogo hat ja auch das Siegtor für Schalke geschossen. Durchaus ein sehenswerter Treffer, zumindest meiner Meinung nach. Da, wie du schon sagst, diese Kreativität wird Schalke, denke ich, helfen. Oder sie kann Schalke helfen, ich will es mal so formulieren. Weil man halt die Stürmer in Szene setzen muss. Und auch in Simon Terodde, das hat man ja in Berlin auch gesehen, auch wenn die beiden Tore ihm jetzt nicht viel gebracht haben. Aber er braucht ja auch eigentlich, zumindest wenn er den Ball quasi vor die Füße gelegt kriegt, auch nicht viel, um den Ball dann auch noch reinzumachen. Also er hat ja da zweimal quasi halt die Tore dann, wenn der Ball vor seinen Füßen lag, dann ja auch reingemacht. Ich meine, war beide irgendwo innerhalb zwischen Fünfer und Elfmeterpunkt. Aber trotzdem hat er ja gezeigt, dass er diese Qualität oder diesen Riecher zumindest immer noch irgendwo besitzt, auch wenn er noch nicht sehr erfolgreich diese Saison war. Aber vielleicht kann Assan ihm da helfen, ihn da mehr in Szene zu setzen und ihm da die ein oder andere Chance mehr zu ermöglichen. Lass mich noch einmal auf die U23-Spieler zurückkommen. Wie gesagt, Steven van der Sloot haben wir gesehen. Er wird ja oft und viel gefordert teilweise. Glaubst du jetzt so langsam, auch in Anbetracht auf das Personal, wo wir ja wieder dann zurückkommen würden, Brenton Soppy wird ja auch ausfallen, er hat ja Muskelprobleme. Glaubst du, dass ein van der Sloot jetzt eine Chance kriegen würde, weil Henning Matriciani und auch Cedric Brunner sich ja jetzt auch diese Saison noch nicht wirklich, ich nenne es jetzt mal, in Szene gesetzt haben beziehungsweise Werbung für sich gemacht haben? Nee, ich glaube eigentlich nicht, dass jetzt van der Sloot eine Chance bekommt, weil der Trainer sich nach dem Gütersloot-Spiel klar positioniert hat und hat ihm gesagt, van der Sloot hat ihn noch nicht überzeugt, er muss noch mehr Einsatz zeigen und das reicht ihm noch nicht. Matriciani hat natürlich recht, hat sich jetzt überhaupt nicht überzeugt, auch wenn er in jedem Spiel sich voll reinhaut. Aber er ist in vielerlei Hinsicht dann doch limitiert. Es geht wohl in die Richtung, dass Cedric Brunner dann wieder auflaufen soll. Natürlich hat er ja auch überhaupt nicht überzeugt, aber der Trainer hat ja sonst auch nicht mehr viele Möglichkeiten und von daher ist mein Tipp jetzt eher, dass Cedric Brunner in die Startelf zurückkehrt und man muss dann nur hoffen, dass er sich in besserer Verfassung präsentiert als bei seinen letzten Auftritten. Ja, also wenn du mich jetzt fragen würdest, würde ich wahrscheinlich auch eher sagen, dass man wahrscheinlich Brunner oder sich auf Brunner einstellen sollte, weil wie du schon gesagt hast, Matriciani hat sich ja jetzt in Berlin überhaupt nicht aufgedrängt. Ich meine, klar, er hat auch einen schwierigen Gegenspieler gehabt, er hat ja auch das beste Spieler gegen sich gehabt. Ja, aber da muss ich mal eingrätschen, ich fand das trotzdem ein bisschen bizarr. Alle haben vorher gewusst, wenn Matriciani spielt, dann wird er gegen Reze spielen und dann wird es schwierig. Man kann dieses Risiko eingehen als Trainer. Da will ich gerade gar keinen Vorwurf machen. Nur was mich so irritiert ist, man weiß doch, wie Reze spielt. Und dann muss man als Trainer versuchen, dem Spieler, in diesem Fall Matriciani, auch die nötige Hilfestellung zu geben und ihn taktisch so einweisen, dass Reze vielleicht doch nicht zum Zug kommt. Also wenn ich Trainer gewesen wäre, ich hätte gesagt, Reze darf gar nicht erst an den Ball kommen, du musst ihn sofort attackieren. Und das hat Matriciani nicht gemacht. Entweder hat er vom Trainer da keine Anweisung bekommen, oder er hat gedacht, lass den Reze auf mich zukommen, ich werde ihn dann stoppen. Aber das ist für mich ein bisschen schwer nachvollziehbar, warum dann Schalke dieses Risiko gegangen ist. Dann muss ich einen Spieler anders einstellen. Weil es war ja klar, man weiß ja, wie Reze spielt. Und dann, wenn Matriciani da keine Anweisung bekommen hat oder er konnte sie nicht umsetzen, dann ist das sehr bedenklich. Ja, da zu eigentlich ähnlichem Urteil sind Norbert und ich letzte Woche auch gekommen, dass da irgendwie der Plan oder das Kommando in dem Match, also in dem Match-Up beziehungsweise in dem Spiel gegeneinander nicht wirklich funktioniert hat. Ja, deswegen, also... Und nochmal zu den U23-Spielern, die sind ja jetzt schon monatelang, trainieren die drei, also Kaparos, Van der Sloot und Kastelle. Bei Gerrards, bei den Profis mit. Und keiner von den dreien hat bisher eine richtige Chance bekommen. Und von daher kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass in der Endphase der Meisterschaft, wo es für Schalke um alles geht, warum der Trainer jetzt auf einmal das Risiko eingehen sollte und einer von den drei U23-Spielern jetzt plötzlich bringt, dann wird er ja noch mehr ins Risiko gehen. Wenn er es ihnen vorher nicht zugetraut hat, warum soll er es ihnen jetzt zutrauen? Ja, da bin ich bei dir. Tatsächlich auch, weil, wie du schon sagst, sie sind mit ins Trainingslager gefahren, sie sind eigentlich schon seit Monaten im Teamtraining dabei und keiner von den dreien hat ja wirklich irgendwie seine Möglichkeiten bekommen. Warum sollte man gerade jetzt auch damit anfangen? Und die Lage ist nun mal halt sportlich prekär. Daher, ja, bin ich voll bei dir. Da muss man definitiv gucken. Lass uns auf den nächsten Ausfall. Das ist irgendwie eigentlich nicht wirklich schön, darüber zu sprechen, aber es hat sich nun mal auch beim Gütersloh-Spieler-Game Brenton Soppy hatten wir ja gerade schon kurz. Er wird ausfallen. Weißt du oder kannst du irgendwas verraten, wie lange das Ganze dauern wird? Hat man da irgendwie was gehört oder ist es nur so, es sind Muskelprobleme, das ist erstmal unbeschriebene Zeit oder nicht festgelegte Zeit? Ja, man hofft natürlich, dass es ganz, ganz schnell gehen wird, aber wir waren vor dem Hertha-Spiel sowieso irritiert. Am Montag hieß es noch, das wäre eine Lappalie, er würde am Dienstag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen und am Dienstag kam dann die Meldung von Schalke, nein, er fällt schon definitiv für das Hertha-Spiel aus. Und erfahrungsgemäß ist es so, wenn der Verein schon fünf, sechs Tage vor dem nächsten Spiel sagt, dass ein Spieler nicht zur Verfügung steht, dann ist das eine ernste Geschichte. Und von daher rechne ich jetzt nicht damit, dass Soppy, also gegen Karlsruhe sowieso nicht, heute hat er individuell trainiert und auch gegen Hannover wird es ganz, ganz eng werden, ob er dann schon zur Verfügung steht. Wahrscheinlich sind diese muskulären Probleme der Tatsache geschuldet, dass er lange Zeit nicht gespielt hat. Dann hat er ja zwei gute Leistungen gezeigt, aber meistens ist das so, dass dann der Körper sich dann nochmal meldet, wenn du vorher so lange ausgefallen bist und das ist dann wohl passiert. Und von daher bin ich da jetzt auch nicht übertrieben optimistisch. Also frühestens gegen Hannover könnte er wieder zurückkehren, aber da bin ich mir auch keineswegs sicher. Und das ist natürlich schlecht für Schalke, weil Soppy hat in den beiden Spielen, wo er zum Einsatz kam, bis zu seiner Auswechslung dann eigentlich gegen Paderborn eine gute Leistung gezeigt. Und es war wahrscheinlich auch kein Zufall, als er gegen Paderborn raus musste, dass danach Schalke noch zwei gegen Tore kassiert hat. Ja, wie du schon sagtest, er war eigentlich, auch wenn man immer gelesen und auch gehört hat und das ja auch sich jetzt anscheinend jetzt aktuell ja dann auch bestätigt, dass er nicht wirklich spielfit ist. Er hat jetzt, wie du schon sagst, zwei Spiele gemacht und jetzt melden sich wahrscheinlich die alten Probleme, dass er halt wenig Spielzeit vorher hatte und eben dann doch nicht diese Sofortlösung ist. für die man ihn quasi oder als die man ihn vorgestellt hat. Was, wie du schon sagst, extrem bitter ist, weil er eigentlich für mich das Gefühl oder mir persönlich, er war für mich der Beste von den dreien, die wir hinten rechts bisher gesehen haben in dieser Saison. Genau. Also er hat mir besser gefallen als Cedric Brunner und auch besser als Matriziani, aber gut, es ist halt leider nun mal so, kannst du nichts großartig gegen machen. Man kann jetzt eigentlich nur hoffen, dass er gegen Hannover wieder fit ist beziehungsweise, dass er zum Hannover-Spiel wieder fit wird, weil ich denke schon, dass er dem Team helfen kann und auch irgendwo wahrscheinlich auch, klar helfen würde auf jeden Fall, aber er wahrscheinlich auch noch eine gewisse Stabilität in diese eh schon sehr angeschlagene Defensive bringen kann oder auch könnte beziehungsweise bringen wird. Sollen wir auf den letzten noch kommen, der ja auch nicht dabei sein wird am Sonntag, nämlich Ron Schallenberg. Er hat einen Muskelfaserriss sicher erlitten oder sich zugezogen, besser gesagt und es wird wahrscheinlich eng, dass wir ihn überhaupt noch mal diese Saison sehen, oder? Na, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Schalke hat jetzt von drei Wochen gesprochen, es ist ja gegen Hertha ausgefallen und jetzt kommen vielleicht noch zwei Spiele Na, ich hoffe doch schon, dass er noch mal zum Einsatz kommen wird, aber wenn die Ausfallzeit wirklich jetzt drei Wochen ist, ist es natürlich auch schwierig, da muss er wieder den Rhythmus finden. Auch das ist jetzt ein Nackenschlag für Schalke gewesen, weil Schallenberg in der Innenverteidigung jetzt einen besseren Eindruck gemacht hat als vorher im defensiven Mittelfeld und ja, ist eben nicht gut für Schalke, dass er jetzt ausfüllt. Ja, weil wie du es eingangs schon erwähnt hast, im Endeffekt stellt sich die Verteidigung oder die Innenverteidigung, besser gesagt, jetzt fast von alleine auf, wenn man nicht auf die Idee kommen, also wenn man jetzt die Idee ausklammern würde, dass man Merkel reinzieht, um beispielsweise einen Kaminski draußen zu lassen, womit man dann aber auch, weil man dann ja, Ovejan eigentlich zwangsläufig, einen nach hinten ziehen müsste, dann ja im linken Mittelfeld auch irgendwie sich wieder was überlegen müsste. Genau, genau. Ja, das wird schwierig auf jeden Fall und deswegen bin ich sehr gespannt, ob Gerhard die offensichtliche Variante in dem Sinne für das Karlsruhe-Spiel nehmen wird oder ob er uns doch mit irgendwas wieder überraschen wird, so wie es damals gegen Pauli die Berufung von Scheinbeck in die Innenverteidigung war. Auch ihm kann man natürlich nur hoffen oder nur die Daumen drücken, dass er schnell wieder fit wird, weil ich glaube schon, dass wenn er nochmal in die Innenverteidigung rücken sollte oder er dann nochmal wieder spielfit werden sollte, eher wenn man ihn in die Innenverteidigung setzt, durchaus Schalke nochmal helfen kann und auch ein wichtiger Bestandteil werden kann. Ja, lass uns, einer war heute auch noch nicht auf dem Platz, nämlich Tobi Moll, der war krank. Genau. Der wäre ja für die linke Seite im Mittelfeld auch noch theoretisch eine Alternative, aber wenn er jetzt krank ist, wird es ja, je nachdem was er hat, könnte das ja dann auch, ja, ich will nicht sagen, dass es schwierig wird für Sonntag, aber es ist halt immer nicht so schön, wenn ein Spieler nicht die komplette Vorbereitung auf ein Spiel mitmachen kann, gerade auch, wenn es so ein Spiel ist, mit dem Druck ja irgendwo auch wieder, weil eigentlich ist Schalke ja zum Siegen verdammt, oder siehst du es anders? Nee, auf jeden Fall. Also der Druck ist enorm groß. Wenn man sich den Spieltag anguckt, die anderen Konkurrenten spielen alle schon samstags, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass sie da vielleicht noch punkten irgendwie, dann weißt du als Schalker Spieler am Sonntag, wie die Ausgangsposition ist. Das kann noch mehr Druck erzeugen und von daher, der Druck ist ganz klar da. Was natürlich Hoffnung macht, ist, dass Schalke bisher immer zu Hause, wenn sie unter Druck standen, die richtige Antwort gegeben hat und das hoffen natürlich auch die Schalker Anhänger, dass die Mannschaft jetzt auch wieder die richtige Antwort findet. Ja, einer, der sich quasi so ein bisschen diese Woche oder gestern, besser gesagt warm geschossen hat, ist ja Kike Topp. Er hat ja gestern Geburtstag gehabt, an der Stelle herzlichen Glückwunsch, nahträglich. Zwei Tore hat er gemacht. Auch er hat ja gegen Paderborn zu Hause diesen sehenswerten Ausgleichstreffer zum 3 zu 3 gemacht. Glaubst du auch, dass er zusätzlich zu Assern jetzt, weil er ja auch noch relativ jung ist, auch noch so eine extrem wichtige Rolle nochmal einnehmen kann, weil er, wie ich schon gesagt habe, der Roller ja eher blass geblieben ist. Man hat natürlich einen Karaman, der irgendwie so auch irgendwo eigentlich die Säule vorne drin bisher war, wobei Topp ja auch sehr, also gute Leistungen gezeigt hat, aber eher nicht so, was das Tore machen angeht, sondern abseits des Balles oder in der Arbeit gegen den Ball. Ja, also das ist für mich jetzt eine ganz spannende Geschichte am Sonntag, wie der Trainer da entscheiden wird. Setzt er auf Terodde? Setzt er auf Topp? Setzt er auf beide? Ist ja alles möglich. Für Topp spricht jetzt natürlich einmal, dass er letztens gegen Paderborn so ein großes Erfolgserlebnis hatte und jetzt eben gegen Frankreich beim 4 zu 4 in der U20 zwei Treffer erzielt hat. So etwas pusht natürlich einen jungen Spieler und jetzt muss der Trainer abwägen, vertraue ich ihm jetzt und bordere ich ihn die Startelf, dann kann er sein Selbstvertrauen, seine breite Bust vielleicht jetzt auch gegen den Karlsruher SC nochmal zeigen oder sage ich, Terodde mit seiner Erfahrung ist jetzt so wichtig, auf den kann ich jetzt nicht verzichten. Der hat auch zwei Tore in Berlin gemacht, auch wenn wir da sonst grottenschlecht gespielt haben und klar verloren haben. Das wird jetzt ganz spannend sein. Er wird natürlich jetzt, wenn Topp wieder da ist, mit ihm reden, wie er sich fühlt, denn man darf ja jetzt auch nicht vergessen, dass er zwei Spiele jetzt gemacht hat, während die anderen ja oder viele jetzt gar nicht gespielt haben. Wie fit ist er? Wie fühlt er sich? Das muss der Trainer jetzt alles bei seiner Entscheidungsfindung für die Startformation am Sonntag berücksichtigen. Ja, genau. Die Profis haben ja in dem Sinne die Länderspielpause auch ein wenig genutzt, um quasi ein wenig frei zu machen. Drei Tage hat man frei gehabt. Ja, das ist auch ein Punkt, der mich höchst irritiert, muss ich sagen. Das kann ich jetzt eigentlich gar nicht nachvollziehen. Frei in dem Sinne vielleicht nicht, aber es hat Donnerstag das letzte Mannschaftstraining stattgefunden und das nächste auf dem Platz, das nächste Mannschaftstraining war jetzt heute am Dienstag. Und da muss ich sagen, das empfinde ich schon als höchst merkwürdig, wie man in dieser Situation den Spielern so viel freigeben kann. Ich habe da mal ein bisschen nachgehakt und es hieß, nein, die hätten ja nicht frei, Freitag, Samstag, Sonntag. Sie hätten individuelle Trainingspläne mit nach Hause bekommen und gestern war jetzt auch nicht frei. Man hat da wie heißt das, Paddling gemacht. Man hat so ein Spaßtraining gemacht und Thomas Kallers hat heute sogar behauptet in der Mixzone, das wäre wie richtiges Training gewesen, das wäre richtig anstrengend gewesen. Ich sage, Fußball ist eine Mannschaftssportart und die haben jetzt vier Tage nicht auf dem Platz trainiert. Kann man sich so etwas in dieser Situation leisten? Und da ist meine Meinung ganz einfach, nein, das kann man sich nicht leisten. Dann werden immer wieder Argumente gebracht, so nach dem Motto, ja, wir haben aber fünf Nationalspieler, die waren weg. Wir haben einige Spieler, die sind angeschlagen und krank, die können nicht trainieren, aber heute waren auch 13 oder 14 Profis auf dem Platz und drei Torhüter. Ich frage mich da immer, kann man denn nicht mit den Spielern trotzdem trainieren? Warum macht man das nicht? Schalke rühmt sich, sie hätten jetzt riesige Datenbanken für jeden einzelnen Spieler, wo man die Stärken und Schwächen sieht. Warum ist das Trainerteam nicht auch am Wochenende aktiv und arbeitet dann ganz speziell mit den Spielern, die da sind, an den Stärken und Schwächen? Aber solche Gedanken macht sich der Verein nicht und das finde ich fatal und natürlich kann man sagen, die Spieler brauchen auch mal Pause, aber ich sage mal, spielt Schalke noch im Europapokal? Nein. Spielt Schalke noch im DFB-Pokal? Nein. Gab es viele englische Wochen für diese Mannschaft? Nein. Also, das ist für mich unbegreiflich, wie man so viel, wie man da so eine Pause jetzt dazwischen setzen kann und wenn sie Sonntag gewinnen gegen Karlsruhe, dann ist meine Kritik Makulatur, aber ich verstehe es nicht. Man kann ja auch, man soll jetzt nicht die freien Tage streichen und dann sagen, wir bolzen Konditionen, so, aber man kann doch ganz spezifisch an den Schwächen der einzelnen Spieler arbeiten, man kann an der Automatismen arbeiten, man kann Freistöße üben, man kann Ecken üben, das kann man jetzt alles machen, weil man Zeit hat und man tut es nicht. Ja, also, dass man vier Tage eigentlich jetzt am Stück frei macht, ist für mich auch ein bisschen unerklärlich, dass man vielleicht den Jungs mal einen Tag gibt, um so ein bisschen auch irgendwo vielleicht mal einen Tag zumindest abschalten zu können, weil ich glaube, das ist tatsächlich nicht nur dieses Sportliche an sich, was aktuell am Arbeiten ist, sondern ich vermute auch, dass da extrem viel Kopfsache mittlerweile drinnen und hintersteckt. Ja, das macht ja alles sein, aber Schalke hat ja auch mal einen Psychologen, wenn einer Probleme hat, dann soll er mit einem Team Psychologen sprechen oder sonst was, aber ich sage ganz eindeutig, wenn man sich mal in anderen Sportarten anguckt, was da trainiert wird und wenn man das mit Fußball vergleicht, dann leben die Fußballer im Schlaraffenland, aber ich rede hier, damit meine ich aber nur die Mannschaften, die nicht international im Einsatz sind. Der FC Bayern oder Borussia Dortmund, die können gar nicht mehr trainieren, weil sie jede Woche eine englische Woche haben, aber Schalke hatte in den letzten Wochen nicht eine englische Woche und von daher ist mir das völlig unbegreiflich, aber das ist schon seit Jahren so und das kritisiere ich ja jetzt nicht erst seit Karel Gerraths Trainer ist, es ist immer so, in Länderspielwochen wird gesagt, nein, wir haben so wenig, die Spieler müssen auch mal abschalten, wenn es gut läuft, kann man das machen, aber es läuft jetzt katastrophal und trotzdem wird relativ wenig trainiert und heute die Einheit hat auch nur 70 Minuten gedauert, dann haben sie noch sieben Steigungsläufe gemacht und ich kann nur sagen, dass die See ist wieder bei dem letzten Steigungslauf gelaufen, als hätte er gerade 40 Kilometer vorher schon absolviert oder einen Marathon gelaufen, der war schon wieder fix und fertig, es ist mir unbegreiflich. Ja, wie gesagt, das ist, ich vermute, da wird man sich nie irgendwie grün drüber wehren, weil die einen sagen, ja, gib denen nochmal den Tag oder so, um mal ein bisschen abzuschalten, weil, wie gesagt, ich würde auch behaupten, das ist schon auch viel Kopfsache, die da mit reinspielt, andererseits sage ich auch vier Tage frei, muss nicht sein. Ja, wie gesagt, ich will nicht sagen frei, die haben individueller Trainingsplan, da machen sie vielleicht einen Lauf über 30 Minuten, aber wir reden doch jetzt hier von einer Mannschaftssportart und ich kann mich jetzt in dieser Saison nicht viel erinnern, dass ich Spielzüge gesehen habe, wo ich dann nachgedacht habe, oh, das haben die aber eingeübt, das fehlt doch alles und ich habe doch jetzt die Zeit, vielleicht klappt das dann auch nicht, aber ich kann mir dann später aber nicht den Vorwurf machen, brauche ich ihn mir zu machen, dass ich nicht alles versucht habe und ich habe eben dann den Eindruck, aber das war schon bei allen Trainern vorher auch, früher, jetzt ist es gerade bequem frei zu machen, wir haben keine Spiele, also machen wir es, aber so sollte kein Hochleistungssportler denken und Schalke, man soll die Situation nicht unterschätzen, wir haben nur noch acht Spiele zu den Abstiegsplätzen, der Punkteabstand ist sehr, sehr gering und mir ist es unbegreiflich, warum man da nicht mehr macht, macht in dem Sinne, wie gesagt, ich sage es nochmal, die sollen ja nicht zwei, drei Stunden Konditionen bolzen oder sonst was, man kann auch nur eine Stunde trainieren, aber man kann etwas machen im Mannschaftskreis und man braucht nicht individuelle Trainingspläne machen, die helfen auch was, dann bleibt man konditionell in Schuss, aber die Automatismen kann man da auf dem Spielfeld, kann man durch individuelle Trainingspläne nicht trainieren. Ja, wie gesagt, ich bin da durchaus bei dir, dass man gerade im Spielerischen ja immer mal wieder eigentlich, ich will nicht sagen die Idee sucht, das ist glaube ich ein bisschen übertrieben, aber man wünscht sich manchmal, wie du schon sagst, dass man einen Spielzug sieht und sich denkt, oh, yo, das ist was, das könnte man einstudiert haben, das wirkt einstudiert und ja, daran hätte man jetzt auf jeden Fall arbeiten können, wie gesagt, ich gebe dir deinen Teil und auf jeden Fall recht, ich würde mich jetzt gegen einen Tag oder zwei, wo man individuell was tut, jetzt auch nicht unbedingt wehren, weil wie gesagt, ich glaube schon, dass das vielleicht auch helfen kann, mal einen anderen Trainingsort zu sehen, als quasi direkt am Stadion, wo du dich immer wieder mit diesen ganzen Sachen, die dann auch irgendwo auf dich einprassen, von wegen, ja, es sind nur noch zwei Punkte bis Rang 16, drei Punkte bis Rang 17, dann droht Schalke der Absturz, was passiert danach, wie geht es mit mir persönlich weiter, wie geht es an sich weiter, dass, ich glaube, dass das auch, wie gesagt, belastend ist und da kann das wahrscheinlich helfen, wenn man mal einen Tag oder zwei was anderes machen kann. Ja, diese Meinung kann man ja haben, aber ich sage nur nochmal ein Beispiel, meines Wissens, der 1. FC Köln hat jetzt ein Kurzzeit-Trainingslager gemacht, die kämpfen in der ersten Liga um den Klassenerhalt, denen kann ich dann nicht den Vorwurf machen, dass sie alles versucht haben, um die Klasse zu halten, Ja, das stimmt. Lass uns auf noch eine personelle Änderung kommen, die diesmal aber nichts mit den Spielern zu tun hat, sondern abseits des Feldes mit einem ehemaligen Schalker Spieler, nämlich gab es ja am Freitag, ich nenne es jetzt mal auf Deutsch gesagt, den großen Knall, nicht nur Timo Baumgartel, der quasi in die U23 geschickt wurde, sondern man hat auch das Ende der Ära von Gerald Asamoah bekannt gegeben, zum Saisonende, also nicht sofort, sondern zum Saisonende und hat auch direkt dazu gesagt, sein Posten wird nicht neu besetzt werden. Ich fange auch da einfach mal harmlos mit der Frage an, kam es für dich überraschend und wenn ja, wieso, wenn nein, warum nicht? Nein, es kam nicht überraschend, für Außenstehende ist natürlich sowas immer dann ein Schock, weil Asamoah eben ein Gesicht des FC Schalke 04 ist, aber für mich kam es überhaupt nicht überraschend, weil sich schon vorher bei anderen Personalentscheidungen abgezeichnet hatte, dass eben die wesentlichen Entscheidungsträger des FC Schalke 04 Asamoah nicht zutrauen, dass er mehr Verantwortung bekommen sollte und wir haben ja beim Training fast täglich Kontakt mit Asa und auch er wusste, dass seine Zeit beim FC Schalke 04 zu Ende geht, dass dieses Video von ihm so emotional war, ist dazu kein Widerspruch, denn natürlich geht ihm die Geschichte dann sehr nahe. Er ist mit Schalke verbunden seit vielen Jahrzehnten und vielleicht hat er im Hinterkopf immer noch gehofft, dass es eine Möglichkeit für ihn gibt, aber wenn man sich die Personalien vorher anschaut, zuletzt auch mit André Hechelmann, er wurde ihm vorgezogen als technischer Direktor und vorher Kaderplaner. Es war ganz klar, für Gerald Asamoah wird es keine Zukunft auf Schalke geben. Das kann man natürlich bedauern, andererseits muss man sagen, er hatte jetzt eben noch seinen Managerlehrgang, der geht ja noch bis Ende April, glaube ich, und er hat natürlich wenig Erfahrung auf diesem Gebiet und ich kann mir überhaupt kein Urteil anmaßen, ob er ein guter Kaderplaner gewesen wäre oder nicht. Trotzdem ist es eben für mich persönlich schade, dass er dann nicht mehr dabei ist, weil er eben wie kaum ein anderer Schalke verkörpert hat und deshalb ist es sehr, sehr schade. Ein zweiter wichtiger Punkt, der bei dieser Entscheidung natürlich auch eine wesentliche Rolle gespielt hat, sind die Finanzen, das hast du ja gerade angesprochen, die Stelle wird ersatzlos gestrichen und das ist natürlich ganz eindeutig der Tatsache geschuldet, dass Schalke kein Geld hat und dass deshalb auf diese Stelle in Zukunft verzichtet wird. Ja, tatsächlich für mich kam es auch nicht wirklich überraschend, weil wie du schon gesagt hast, man konnte das so ein bisschen erahnen, dadurch, dass ihm halt André Hechelmann vorgezogen wurde als Sportdirektor, später technischer Direktor, dass man auf André Hechelmann dann mit Marc Wilmots wieder jemand extern geholt hat und Asamoah nicht in diese Rolle gebracht hat. Dadurch hat sich das eigentlich, wie du schon angedeutet hast, ja auch irgendwo abgezeichnet, dass es passieren wird. Ähm, es ist Teil dieses, dieser, ähm, ich weiß gar nicht, so ähnlich ist es ja auch dann in Verbindung gebracht worden. Matthias Tillmann hat ja gesagt, man schaut sich alle Perspektiven, alle Stellen an und guckt, welche Stellen sind quasi sehr wichtig, welche brauchen wir, welche Stellen kann man ersetzen beziehungsweise halt, so wie bei Asamoah, jetzt auch quasi ohne Anschluss ersetzen. Ähm, und ich vermute auch, dass man da irgendwo dann auch gesehen hat, okay, ähm, Asamoah ist da, er macht wahrscheinlich, er hat ja auch, das war ja auch viele, was sich viele gefragt haben, was, was ist eigentlich so seine, seine richtige Aufgabe, weil er wirkt ja immer so ein bisschen so, dass er halt beim Team irgendwie ist, aber nicht, dass er so ein richtiges Aufgabenfeld hätte, ich weiß nicht, vielleicht kannst du da gleich mehr Licht ins Dunkle bringen, aber, ähm, dadurch macht das irgendwo ja auch, zumindest, wenn man dieser Aussage von Matthias Tillmann dann irgendwo auch Glauben schenken, mag er dann auch Sinn, sich so einen Posten anzugucken und zu sagen, okay, das Aufgabenfeld ist vielleicht zumindest für Externe eher unbekannt, macht es Sinn, den dann zu halten und aus finanziellen Gründen wird es wahrscheinlich dann leider so gewesen sein, dass man sich gedacht hat, das bringt nichts. Man muss ja auch, äh, sehen wir die ganze Entwicklung von Schalke, wenn man die letzten Jahre mal nimmt, wenn es sportlich gut läuft und bis 2018, 19, äh, was ständiger, ähm, Teilnehmer in der Champions League, dann hast du so viel Kohle, das ist so quasi so eine Art Automatismus, das sieht man ja bei vielen anderen Vereinen, dann wird personell aufgerüstet, dann kannst du dir das leisten und, äh, dann wird immer mehr und mehr und mehr und mehr und ich bin ganz sicher, äh, sollte Schalke den Klassenerhalt schaffen, äh, wird auch in diesem Trainer- und Staff-Bereich und wie es alles, wie diese ganzen Leute heißen, auch da werden noch, äh, äh, Personen eingespart werden und Stellen gestrichen werden, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Äh, insgesamt gesehen ist das immer ein bisschen unglaubwürdig, einerseits, wenn es sportlich läuft, man hat die Kohle, dann heißt es, wir brauchen, wir brauchen so viele Aufgaben und dann auf einmal jetzt, wo, wo kein Geld da ist, dann heißt es, nee, da können wir doch verzichten, ist doch gar nicht so wichtig, also das ist auch wieder so eine Geschichte, die den Profifußball sehr, sehr unglaubwürdig macht und wenn man sieht, wie viel, äh, das heißt ja Trainerteam bei Schalke, dann gibt es ein Funktionsteam, dann, dann gibt es das Erstärzte-Team, es sind so viele Personen, äh, um die Mannschaft herum, es gibt ja manchmal Trainingseinheiten, da sind mehr Leute, äh, vom Trainer- und Funktionsteam auf dem Platz zu sehen, als Spieler, die überhaupt trainieren, sag ich mal, ein bisschen, äh, kätzerisch und, äh, das ist alles schon, äh, dann manchmal höchst bedenklich, ja, so, ähm, was, was hat Gerald Asamoah konkret gemacht, der hatte schon seine Aufgaben, hat, hat den jungen Spielern bestimmte Hilfestellungen gegeben, kannte viele Spieler aus der U23, die dann jetzt im Profibereich trainieren dürften, also, er hat schon, äh, einige wichtige Themenfelder besetzt, äh, aber wie gesagt, die, äh, ganz großen Themen, jetzt was Kaderplanung und so betrifft, da wurde er meistens, äh, dann nicht zurate gezogen, und, äh, insofern, äh, das hat man ihn auch an dem, bei dem, äh, Videobotschaft angemerkt, äh, ist er natürlich, äh, auch über den FC Schalke 04 dann, äh, sehr enttäuscht, äh, dass man ihm dann nicht, äh, einen größeren, äh, Handlungsspielraum eingeräumt hat, aber, äh, also er wird niemals in der Öffentlichkeit jetzt, äh, ein böses Wort über Schalke verlieren, äh, dafür hat er auch dem Verein, äh, andererseits viel zu viel zu verdanken. Ja, äh, wie gesagt, das ist so ein bisschen so dieses, dieses Ende einer Ära, was man eigentlich da drüber setzen könnte, weil er ja schon, wie du schon sagst, viele Verdienste für Schalke geleistet hat, aber auch viele Verdienste Schalke zu verdanken hat, ähm, ähnlich ging's ja auch jemandem, der ihm persönlich sehr nahe stand, der ja aktuell noch im, äh, im Trainerteam ist, dessen Zukunft ja auch noch so ein bisschen in den Fragezeichen steht, nämlich Mike Büskins, der sich ja auch sehr emotional irgendwo auch, oder zumindest ein bisschen betroffen gezeigt hat, und auch so auf diese gemeinsame Zeit, die er persönlich mit Assa hatte, äh, zurückgeblickt hat, wo natürlich auch viel Schalke dazugehört hat, aber halt auch dieser kurze Zwischenstopp der beiden entführt, ähm, ich frage da auch mal bei dir nach, ähm, wie gesagt, ich habe gerade ja schon gesagt, Büskins Zukunft ist auch noch mit einem Fragezeichen in Anführungsstrichen betitelt, glaubst du, dass, ähm, oder was glaubst du, oder persönlich, was denkst du, wie es für ihn weitergehen wird über den Sommer hinaus? Ach, ich glaube schon, äh, dass, äh, wenn er selber Lust hat, und davon gehe ich mal auch, dass er, äh, auch weitermachen wird, aktuell hat ja Schalke drei Co-Trainer, äh, eigentlich sind die alle angesehen, und der eine ist ja, hat der Gerrits mitgebracht, den, äh, da wird sich nichts ändern, weil, äh, äh, den, den werden sie ja behalten, weil sonst ja der Cheftrainer beschädigt wird, wenn man jetzt sagen würde, ähm, diese Person, äh, soll nicht mehr für Schalke arbeiten, äh, Matthias Kreuzer ist auch sehr, sehr angesehen, äh, äh, und ist ja auch der dienstälteste Co-Trainer, der ist ja schon viele Jahre dabei, äh, Trotzdem ist auch das eine finanzielle Frage, äh, muss man, äh, drei Co-Trainer haben, äh, wenn man, äh, jetzt so große finanzielle Probleme hat, äh, 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 auch da muss man abwarten, wie sich das weiterentwickelt, äh, mit den Finanzen, äh, Tillmann hat nichts ausgeschlossen, und von daher, ich wage da keine Prognose, es wäre jetzt auch unseriös, äh, was da wieder die Pläne sind, vielleicht kriegen ja auch die Co-Trainer, äh, Angebote, und dass, äh, einer von denen sagt, äh, ich will mich verändern, das kann ja alles sein, es gab auch bei Simon Henssler, dem Torwarttrainer, jetzt ja Spekultationen, schon vor einigen Wochen, dass den, äh, Borussia Mönchengladbach haben will, äh, da muss man auch erst mal, äh, schauen und gucken, äh, wie sich das so entwickelt, Fakt ist für mich, dass, äh, es im Sommer, äh, wieder einen großen personellen Umbruch geben wird, das ist schon so sicher wie das Amen in der Kirche, weil eben viele Spieler, äh, sehr, sehr enttäuscht haben, und, äh, bei vielen auch die Verträge auslaufen, und, äh, das große Ziel, dass Schalke sich auch, äh, unter anderem gesetzt hatte, mehr personelle Kontinuität, das wird wieder, äh, krachend verfehlt werden. Ja, zumindest deutet sehr, sehr vieles darauf hin, äh, aktuell, weil, wie du schon angedeutet hast, äh, da ja auch sehr, sehr viele Namen, die gekommen sind, dann ja nicht wirklich angekommen sind, im sportlichen Sinne, und Timo Baumgarte gehört da ja beispielsweise auch zu, ich will ihn damit jetzt gar nicht irgendwie zum Sündenbock oder so machen, aber weil er jetzt derjenige war von den Neuen, bei dem es jetzt quasi den größten Knall gegeben hat in letzter Zeit, ähm, ich würde auch sagen, lass uns mal einen Blick auf das Spiel am Sonntag im Detail werfen, ähm, das Hinspiel in Karlsruhe hat man mit 3 zu 0 verloren, ähm, ich hab's mir nochmal, beziehungsweise ich hab mir die Highlights von dem Spiel nochmal vorab angeschaut, mein Bauchgefühl hat mir gesagt, das Spiel hätte auch vor zwei, zwei Wochen schon 1 zu 1 genauso stattfinden können, weil die defensiven Probleme da quasi eigentlich genauso prekär oder genauso dominant waren wie jetzt in den letzten vergangenen Partien, ähm, dann will ich vorab noch dazuschießen, dass der KSC auch durchaus mit breiter Brust nach Gelsenkirchen reist, man hat, ähm, 7 zu 0 gegen Magdeburg gewonnen und trifft halt auch Schalker, die halt im letzten Spiel, wenn wir das Testspiel jetzt mal ausklammern, 5 zu 2 in Berlin verloren haben und auswärts mal wieder enttäuscht haben, ähm, wie siehst du die Vorzeichen so? Ja, ich war ja, äh, beim Hinspiel live dabei in Karlsruhe und das war, äh, ein ganz schlimmer Auftritt von Schalke, die hatten nicht den Hauch einer Chance, es war eines der schwächsten Saisonspiele, äh, der Königsblauen, äh, bis dahin, und, äh, Karlsruhe ist schon, ist schon eine gute Mannschaft und wenn man sieht ja beispielsweise Lars Stindl, der frühe Mönchengladbacher, wenn der Lust hat zu kicken, äh, dann, äh, kommt auf Schalke auf jeden Fall eine schwere Aufgabe zu und, äh, Karlsruhe ist jetzt wirklich ein schwieriger Gegner, in der Tabelle stehen sie ja so zwischen Baum und Borke, äh, vielleicht hat Schalke Glück, dass, äh, dass die Motivation bei Karlsruhe nicht mehr so groß ist, weil es scheint ja wohl so zu sein, dass sie weder nach unten noch nach oben irgendetwas, äh, reißen können, aber darauf darf man sich ja natürlich nicht verlassen, aber nimmt man die Eindrücke aus dem Hinspiel, dann wird das eine ganz, ganz schwere Aufgabe für Schalke und, äh, ja, man wird sehen, äh, wie sie, äh, sich dieser Aufgabe stellen. Ja, Karlsruhe kann, glaube ich, oben noch anklopfen, wenn man gewinnen sollte und ein bisschen das Spielglück hat, dass, ähm, die Teams oben, äh, patzen, beziehungsweise Punkte liegen lassen. Ähm, jetzt ist natürlich das Spiel für Karre Gerraths irgendwo auch einen, ja, ich nenne es jetzt mal in einer Art Besonderes, weil das Auswärtsspiel in Karlsruhe sein erstes Spiel auf der, auf der Schalker Ersatzbank war, ähm, ach, auf der Schalker Bank war generell, ähm, ich finde auch, dass man nicht nur Lars Stinde bei Karlsruhe vornehmen sollte, sondern, ähm, auch durchaus über Iko Matanovic durchaus sprechen kann, der ja auch, ähm, bei Karlsruhe mit einer zu den gefährlichsten Torschützen, ähm, zählt, ich habe mir mal ein paar Statistiken über die, äh, Mannschaft angeschaut, also Mannschaft ist generell erstmal auch wieder eine eher spielstarke, äh, spielstarke Mannschaft, dann, ähm, im Toreschnitt, äh, auch durchaus über dem Liga-Durchschnitt, also man schießt im Schnitt 2,12 Tore pro Spiel, der Ligaschnitt liegt bei 1,56, Ballbesitz ist auch leicht über, über dem Durchschnitt, ähm, über die ganzen Spiele verteilt, und, äh, lauchstarke Mannschaft, vor allen Dingen sehr lauchstarke Mannschaft, im Schnitt 120 Kilometer pro Spiel, ich habe es mal mit Schalke verglichen, was glaubst du, wie viele Kilometer liegt Schalke drunter? Gut, also, Anfang des Jahres hatte sich Schalke eigentlich verbessert in der Laufleistung, aber jetzt gegen Berlin, da waren sie ganz schlecht, da hatten sie, glaube ich, nur 111, aber ich glaube, so schlecht liegt Schalke jetzt auch nicht, 115, 116? 115, also 5 Kilometer im Schnitt weniger als, als Karlsruhe, aber grundsätzlich mit 115 erstmal nicht, nicht schlecht, da bin ich natürlich bei dir, ja, ähm, das wird, glaube ich, also, im Endeffekt kannst du eigentlich hoffen, wie du schon, also, dass vielleicht Karlsruhe sich denkt, boah, nach oben wird es schwer, also, wie gesagt, das ist theoretisch noch möglich, aber es wird schwer, und man braucht halt Spielglück von den, von den Teams oben, plus, dass es halt ein Heimspiel für Schalke ist, was ja jetzt in letzter Zeit irgendwie auch so zu einer Art Bank geworden ist, kann ja schon, jetzt, wenn man jetzt auch ketzerisch reingeht, sagen, Schalke lebt irgendwie auch von diesen Heimspielen, ähm, daher, ja, ich denke mal, das Stadion wird wieder voll sein, die werden, die werden versuchen, die Schalker Mannschaft so weit wie möglich nach vorne zu pushen, aber, ähm, da muss sich schon noch was tun, oder? Also spielerisch. Ja, natürlich, also wie gesagt, äh, die Unterstützung der Fans wird da sein, aber, äh, sie erwarten natürlich auch, dass die Mannschaft sich zerreißen wird, und, äh, beim Spiel in Berlin, äh, habe ich schon nach einer Minute gesehen, äh, sage ich jetzt auch mal ein bisschen arrogant, dass die Berliner, äh, mehr, äh, Siegesgier hatten, und, äh, den Willen zum Erfolg als die Schalker Mannschaft, und, äh, sowas darf eben am Sonntag sich überhaupt nicht wiederholen, äh, 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 wie gesagt, die Nerven werden auch eine große Rolle spielen, und man weiß natürlich auch, weil die anderen Mitkonkurrenten die meisten schon am Samstag spielen, man weiß ja auch, äh, wie die Konkurrenten gespielt haben, und, äh, das alles, diese Gemengelage wird nicht so einfach dann zu handeln sein, und, äh, man wird schauen müssen, äh, was dann, äh, passiert, wie Schalke damit umgeht. Ja, ich habe auch schon irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, auf Social Media eine steile These gelesen, von wegen, irgendwann wird diese, diese Heimbilanz, dadurch, dass du ja eigentlich von Woche zu Woche in die Heimspiele immer mit einem riesen Druck gehst, also es ist ja jetzt nicht so, dass es das erste Heimspiel ist, was unter immensem Druck steht, es ist vielleicht nochmal ein bisschen prekärer als vor San Pauli, aber im Endeffekt war es vor dem San Pauli-Spiel ja auch schon so, dass die Hütte übertrieben gesagt gebrannt hat, ähm, irgendwann, was würde passieren, oder was passiert mit dieser Mannschaft, wenn, wenn man irgendwann diesem Druck nicht mehr standhalten kann, und das mal nicht gut gehen sollte, dann, dann sind wir nämlich wieder in einer Phase, oder wieder in einem Problem, und du dann nach diesem Spieltag sagen kannst, okay, jetzt bist du nicht nur auf Platz 16, sondern im schlechtesten Fall auch mal auf einem direkten Abstiegsplatz angekommen, und was, was, was geschieht dann mit dieser Mannschaft, wie, wie schwer wird es dann da rauszukommen? Naja, ist klar, aber das ist alles hypothetisch, man muss jetzt erstmal abwarten, äh, der Trainer wird bestimmt solche negativen Gedanken versuchen, von der Mannschaft fernzuhalten, und, äh, ihn versuchen, äh, Selbstvertrauen, äh, zu geben, und an die, äh, relativ gute Heimbilanz, äh, bisher zu erinnern, ähm, äh, äh, aber wie gesagt, äh, man kann sich nicht immer nur auf die Heimstärke verlassen, das ist völlig richtig, irgendwann, äh, geht auch so eine Heimstärke mal zu Ende, gegen Paderborn war ja schon die Gefahr groß, äh, das hat Keke Topf dann, äh, glücklicherweise noch für, den FC Schalke 04 verhindert, aber, äh, man kann sich nicht darauf verlassen, dass man jetzt automatisch, äh, alle seine Heimspiele gewinnen wird. Erstens das, und zweitens, ich fand's gegen Paderborn auch so ein bisschen bezeichnend, man hat irgendwie nach dem, äh, also nach 60 Minuten so ein bisschen auch dieses, dieses Spielen oder dieses Mitspielen im Spiel eingestellt, im Paderborn-Spiel, war zumindest so, so mein Gedanke, als ich das, als ich mich, äh, als ich das Spiel gesehen habe, und ich glaube, das ist der große Fehler, dass man das eben nicht machen kann, weil dann, dann geht's halt irgendwann mal schief, und dann hat man nicht diesen Lucky Punch, kurz vor Ende noch, und wie gesagt, je nachdem, wie, das, natürlich alles hypothetisch, aber dann kann's halt, sehr, sehr fatal aussehen, und sehr, sehr, äh, noch unangenehmer, als eh schon für die letzten, äh, Aufgaben werden, die ja auch durchaus noch ein gewisses, ähm, ja, was heißt gewisses, aber wo ja auch noch der ein oder andere Knaller mit dabei ist, ähm, ich meine, Rostock kommt noch nach Gelsenkirchen, die stecken auch unten mit in der Geschichte drin, ja, ja, klar, dann hast du mit, ähm, mit Hannover noch eine Mannschaft, die zwar auch irgendwo im Niemandsland gerade steht, aber ich glaube, mit, äh, ein bisschen Glück dem, vom Rest auch noch irgendwie sich oben reinschleichen könnte. Ja, also Hannover noch auf jeden Fall viel mehr als Karlsruhe, die stehen hier, glaube ich, auf Platz vier oder so, die haben, die haben noch ihre Chancen, ganz klar. Und, ähm, das wird dann in den letzten Spielen extrem interessant werden, und, äh, ich, äh, also, ihr habt ja mal, äh, die Statistik, äh, oder die Statistika berufen, oder, äh, abgerufen, beziehungsweise befragt, wie, äh, wie die Punkte so für den Klassenerhalt gereicht haben. es waren meistens so im Mitte-30er-Segment, bis auf eine Ausnahme, da ist eine Mannschaft mit 39 Punkten noch abgestiegen. Äh, ich meine in der 17-, 18er-Saison, also so ein paar Punkte sollte Schalke auf jeden Fall noch sammeln, um, äh, quasi auch, wenn man jetzt den Zeitgeist berufen wollen würde, ähm, eine gute Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Wobei ich weiterhin sagen muss, dass ich immer noch in gewisser Weise trotzdem, oder trotz der Ausfälle, trotz allem drum und dran immer noch mir nicht vorstellen kann, dass diese Mannschaft wirklich schlecht genug, oder zu schlecht ist, um abzusteigen. Ja, aber man kann sich vieles nicht vorstellen, aber wie gesagt, äh, ich bin der Meinung, man darf, äh, die Situation überhaupt nicht unterschätzen. Und, äh, was auch noch, äh, langfristig hinzukommt, ähm, je früher Schalke den Klassenerhalt geschafft hat, desto besser, denn da hängt ja alles dran. Äh, wenn es jetzt wirklich bis zum letzten Spieltag gehen sollte, oder wenn man gar in die Relegationen müsste, das hat ja auch alles, äh, Nachwirkungen für die gesamte Planung. Man muss ja jetzt schon Spieler ansprechen. Man muss, äh, alles Mögliche schon, äh, planen, wie soll der Kader aussehen? Mit wem, äh, planen wir überhaupt noch? Wen wollen wir abgeben? Und wenn du jetzt bis Ende Mai oder Anfang Juni, wenn die Relegation dann noch ist, erst danach Entscheidungen treffen kannst, dann hast du gegenüber anderen Clubs riesen Nachteile. Und, äh, Sponsorensuche. Äh, kommt denn auch ein Hauptsponsor, wenn sie jetzt mit irgendwelchen, äh, Firmen und großen Unternehmen, äh, verhandeln, kommt der denn auch, wenn die jetzt, äh, der Super-GAU in die dritte Liga absteigen würden? Das sind alles ganz wichtige Fragen. Und wenn du keine Planungssicherheit hast, und, äh, du, du musst jetzt bis zum letzten Spieltag warten, oder noch länger, ist das alles ganz, ganz schlecht. Und, äh, und, äh, diesen Punkt muss man auch, äh, noch berücksichtigen, äh, je länger es dauert, äh, mit dem Klassenerhalt, um, so schwieriger ist alles andere. Ja, ein paar Traditionsvereine, die, die es quasi, die diesen sportlichen Super-GAU hinnehmen mussten, da, das habt ihr ja gestern beleuchtet, meine ich, ähm, wo es dann um Traditionsvereine ging, die drittklassig, äh, geworden sind, ähm, ähm, wo, wo dieser Super-GAU quasi eingetreten ist, prominentes Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit, ist ja eigentlich auch Arminia Bielefeld, die ja, glaube ich, meine ich, gerade auch noch nicht so hundertprozentig gesichert in der dritten Liga stehen. Die können jetzt theoretisch zum dritten Mal hintereinander absteigen, das ist eigentlich Wahnsinn, äh, aber sowas, ne, man muss alles für möglich halten. Ja, wie gesagt, ich, ich unterschätze die Lage nicht, ich bin trotzdem immer noch irgendwo Optimist genug, dass ich sage, dass ich denke, dass diese Mannschaft den Klassenerhalt schaffen wird und dann bin ich, oder würde ich mir wünschen, dass, dass du recht behältst und man das so früh wie möglich, äh, eintüten kann, einfach damit man so eine gewisse Planungssicherheit dann auch hat und beziehungsweise überhaupt in eine konkretere Planung gehen kann, weil, ähm, klar, wenn du jetzt, also für Spieler wird es ja auch durchaus wichtig sein, okay, spielt der Verein zweite Liga, spielt der Verein dritte Liga, ähm, da, da will man ja dann auch meistens das sportlich Bessere für sich rausholen, das wird dann, wird dann schwierig werden. Ähm, kurz noch, auf Sonntag betrachtet, wenn du jetzt quasi der Mannschaft eine Idee mitgeben wollen würdest, anhand dem Personal, was du zur Verfügung hast, sollte Schalke, also klar, sich zerreißen, auf jeden Fall, sollte man versuchen, auch dadurch, dass man vielleicht einen Assern wieder in der Startelf hat, mehr über Kreativität zu kommen oder sagst du, egal, irgendwie dreckig, 1-0 gewinnen und Hauptsache, alle, Hauptsache, man nimmt irgendwie drei Punkte mit. Ja, natürlich steht das Ergebnis über allem, aber wie gesagt, ich würde mit Assern auf jeden Fall in der Startelf beginnen, weil er eben für die, wie ich schon ganz am Anfang gesagt habe, für die kreativen Momente zuständig ist und du könntest dann natürlich auch so einen Karamann nicht mehr auf die Zehen stellen, sondern auch noch mehr nach vorne beordern. Das wäre natürlich sehr offensiv, wenn du jetzt Top, Terodde oder Karamann in vorderster Front, aber du musst auch schon mit deiner Aufstellung zeigen, meine ich, in einem Heimspiel, dass du dieses Spiel unbedingt gewinnen willst und von daher, viel Offensive kann bestimmt nicht schaden und, ja, hundertprozentiger Einsatz, den musst du Sonntag sowieso schon voraussetzen, aber wahrscheinlich wird das gar nicht reichen, um Karlsruhe zu bezwingen und deshalb sind spielerische Elemente eben auch sehr, sehr wichtig. Ja, ich denke auch, dass man über das spielerische zumindest mitkommen muss. Ich will nicht sagen, dass es der Hauptgrund sein sollte, aber ich denke auch, dass ein Assern da helfen kann. Des Weiteren bin ich auf die Verteidigung gespannt, wie du schon sagst, ich würde, meine Tendenz geht auch zu Kalas und Kaminski, ich bin gespannt, wie sie mit unter anderem Igor Matanovic klarkommen werden, beziehungsweise generell mit dem Spiel von Karlsruhe, auch mit dem Ball, wie schon gesagt, der spielstarke Mannschaft, ob man da irgendwie, ob man dann ansonsten drumherum quasi die, so auf der linken Seite gehe ich davon aus, dass man auf das Altbewährte mit Merkel und wahrscheinlich der VOROB zurückgreifen wird. Rechte Seite haben wir dann ja, was heißt die nächste Baustelle, wir beide waren uns ja einig, dass man auf Brunner zurückgreifen sollte, aber vielleicht überrascht der Trainer ja doch noch und greift irgendjemand anderen aus dem Hut oder zaubert jemand anderen aus dem Hut, dann im Mittelfeld, vermutlich sind wir uns da auch einig, wird man wahrscheinlich Paul Seguin in der Startelf wiedersehen, alleine ja auch schon, weil mit Schallenberg ja auch quasi irgendwo auch eine Alternative jetzt nochmal weggebrochen ist, dann vorne auch wieder spannend, wie man es da angehen will, Top Terodde, Top Terodde Karaman, Karaman Top, Karaman Terodde, Assan dahinter, Assan vielleicht auch auf der Acht und davor Karaman Top Terodde, kann man ja alles, sind ja theoretisch alles Überlegungen, die man treffen kann und die sich auch mit Sicherheit Karre Gerrads stellen wird. Lass mich abschließen, weil Norbert und ich letzte Woche darüber gesprochen haben, Norbert und ich waren uns einig, man sollte, egal was passiert, jetzt in den nächsten Spielen, auch nach dem Hertha-Spiel, weil ja Karre Gerrads wieder mal ins Feuer gekommen ist, man sollte erstmal an ihm festhalten, weiter mit ihm planen, bist du da ähnlicher Meinung oder siehst du es ganz anders? Nein, ich bin auch der Meinung, dass der Trainer bleiben soll, aber man weiß ja, wie schnell in Schalke eine Dynamik entsteht. Es ist natürlich jetzt, man muss erstmal abwarten, wie die anderen Ergebnisse auch sind. Worst-Case-Fall, Schalke verliert hoch, spielt grottenschlecht, die anderen gewinnen und man steht plötzlich auf dem direkten Abstiegsplatz oder Relegationsplatz, dann kann auf einmal Panik ausbrechen. Das wäre auf Schalke ja nichts Neues, nur das sind ja jetzt Horror-Szenarien, die ich gar nicht weiter spinnen will. Ein Trainerwechsel hat mir was gebracht, als unter Büskens dann der Aufstieg doch noch geschafft wurde, aber sowas lässt sich auch nicht beliebig wiederholen. Also Trainerdiskussion wäre jetzt das Schlimmste, was Schalke da noch passieren könnte. Wie gesagt, ich wollte es ja auch gar nicht aufmachen. Ich wollte nur quasi, weil Norbert und ich letzte Woche draufgekommen sind, einmal hören, ob du quasi anderer Meinung bist, wobei ich mir schon, also im Endeffekt eigentlich, es hätte mich gewundert, wenn du jetzt der große Karre Gerards Rausschreier geworden wärst, weil das bringt, glaube ich, aktuell mehr Schaden als Nutzen, weil du damit eine Mannschaft, die eh schon teilweise verunsichert wirkt, noch weiter verunsichern würdest. Ich weiß nicht, hast du noch was oder soll ich die Musik einspielen, Frank? Ne, ich bin wunschlussglücklich, alles in Ordnung. Das ist sehr gut, dann spiele ich die Musik mal langsam wieder ein. Wir haben jetzt noch 47 Sekunden, damit ich dir noch einen Tipp entlocken kann für Samstag, äh, für Sonntag. Was glaubst du, wie es ausgeht? 3-2 für Schalke. Wer macht die Tore? Terodde und Assan 2. Terodde und Assan 2. Ja, dann hoffen wir doch mal, dass sich das bewahrheiten wird und wir am Sonntag drei Punkte für Schalke sehen werden. Ich persönlich gehe nicht ganz so torreich rein. Ich sage, es wird ein 2-1 für Schalke und wir sehen Tore von Top und Assan. Und, äh, dann sitzen wir hier hoffentlich nächste Woche und können über einen Sieg von Schalke sprechen. In dem Sinne, äh, Dankeschön, Frank, und Glück auf. Glück auf. In dem Sinne, äh,